Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mathura Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jürgen, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Baden, die beiden Befehl sind in der Feind. Oh, weicht euch das also, Gellung. Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist im Zweite als ein Haufen niederverrestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Sie sind Feindlinge, verreichtete Sager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lassen, wie man besser ein Kabel hält! Jahre lang hat das Militär mal der Aktionen nur verhindert! Es hat mit denen nur ein bestätigt Widerstand! Ich hab weggelegt! Es hat der Kump daran getan! Und da haben alle Höheroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Stalin! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb Berlin verlasse, Irren Sie sich gewaltig! Eher janklich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!